Willkommen zu einem neuen Video bei ErwinMoto. Mein Name ist Sascha und in dem Video zeige ich euch die originale Komfortsitzbank für die Yamaha MT-09 ab Baujahr 2021. Die Komfortsitzbank für die MT-09 aus dem Original-Zubehörprogramm von Yamaha ist für euch das Richtige, wenn ihr Langstrecke unterwegs seid oder längere Fahrten und Touren mit eurer MT-09 unternimmt oder aber euch einfach die normale Sitzbank zu hart ist. Wir haben hier einen etwas breiteren Aufbau der Sitzbank und die Sitzbank ist mit einem Spezialschaum etwas stärker gepolstert, einfach dass der Komfort auf längeren Strecken damit besser sein sollte. Natürlich ist das nicht bei jedem gleich, das heißt es ist mehr Komfort, aber ob es dem einen oder anderen reicht, muss jeder selber für sich entscheiden. Was ihr dazu bekommt ist auf jeden Fall eine bessere Optik meiner Meinung nach, denn wir haben hier einmal außen so ein Glattleder, dann einen rutschfesten Bezug, der so ein bisschen in so einem Alcantara-Look ist. Ein kleines Komfort-Fähnchen, damit ihr wisst, dass es die Komfortsitzbank ist und so ein eingeprägtes MT-09-Logo, das kommt irgendwie, finde ich recht edel rüber. Ansonsten könnt ihr die Bank natürlich Plug & Play tauschen. Hier hinten ist noch ein Halteriemen dran. Unterleben, der Unterbau ist quasi komplett gleich zur originalen Sitzbank, das heißt alte Sitzbank ab, neue Sitzbank drauf und habt gleich einen anderen Look und mehr Langstreckenkomfort. Preislich liegen wir aktuell so um die 260 Euro bei der Sitzbank, kommt, wenn ihr in Deutschland bestellt, Versandkosten frei zu euch. Habt ihr Interesse an der Sitzbank? Unten in der Beschreibung haben wir einen Link drin, da kommt ihr direkt zum Artikel. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an service.rw-motor.de oder ihr ruft uns einfach an. Ja, bleibt mir noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, seid so gut, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, gebt einen Kommentar, wie ihr die Sitzbank findet. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal, ihr kennt das schon. Bis dahin würde ich sagen, habt eine gute Fahrt, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.